Was, ich mach, ich ruf bei Ugo an. Ja? Äh, okay. Hallo? Äh, yo Ugo. Ich ruf an, weil ich dir sagen wollte, dass ich bei 7 vs. White nicht mitmache. Also hör auf mich die ganze Zeit zu fragen. Ja, lass mich in Ruhe. Also das wollte ich dir nur persönlich sagen. Ja, mach ich. Okay. Ich hab die Frage noch. Nee, jetzt nicht. Ich bin gerade nicht so, also ich hab grad so, weißt du, ist nicht der Vibe. Lass uns das anders mal besprechen, ja? Ja, okay, sorry. Kein Problem, aber hör auf damit. Ja, sorry. Okay, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Warum sagt er sorry? Mann, Digga, das macht man nicht. Er sagt einfach sorry. Er soll seine Frage beantworten. Hallo? Ugo? Ja? Es war nur Spaß, ne, dass du Bescheid weißt. Ja? Was ist deine Frage? Darf ich Vita-Way? Ja? Was willst du haben, Vita-Way-Tee? Ja, 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 darf ich, geht das? Ja, ja, schick ich, schick ich ihr zu. Danke. Ja, bitte. Bitte. Okay, mach's gut. Tschüss. Willst du irgendeine Geschmacksrichtung speziell? Alle, alle, alle. Okay. Okay, mach ich. Danke. Gerne. Mach's gut. Tschau, tschau. 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 Tschau.